Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Heute eine schnelle Einschätzung zur Netflix-Aktie, die am 21.04.2021 nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen etwas unter die Räder gekommen ist und wie ich nun weiter mit diesem Unternehmen umgehe. Aber wie immer eins vorweg, dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Jeder ist für sein Geld und sein Handeln selbst verantwortlich. Ich bespare die Aktie nun seit 10 Monaten im Sparplan mit einem monatlichen Sparrate von 100 Euro. Somit habe ich in dieser Zeit eine Summe von 1000 Euro in Anteile von Netflix investiert. Den Anbieter nutze ich selbst für die abendliche Unterhaltung. Als Serienlieferant bin ich von dem Unternehmen überzeugt. Filme muss jeder selbst für sich entscheiden, was er davon hält. Für mich wäre es nicht tragisch, wenn Netflix sich nur auf Serien konzentrieren würde und dafür nicht nach der ersten Staffel absetzt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Kommen wir nun aber zur Aktie. Was hat uns Netflix da im Quartalsbericht vorgestellt? Zusammengefasst, schwaches Nutzer- bzw. Abonnentenwachstum, aber ganz ordentliche Quartalszahlen. Ist das nun Stärke oder Schwäche? Charttechnisch konsolidiert die Aktie nun seit einem Jahr auf hohem Niveau, was nach dem Anstieg aber keine Schwäche ist. Es besteht immer noch ein kurzfristiger Trend nach oben, aber eben nur leicht vom Ausgang der Seitwärtsbewegung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein Holdrating, was auch von mehreren Analysten bestätigt wird. Netflix hat bedingt durch den Aufschub durch Corona weniger Filme und Seriencontent geliefert. Darum haben nur 4 Millionen neue Nutzer zu den nun 208 Millionen Abonnenten Anschluss gefunden. Die Erlöse konnten dennoch gesteigert werden, was höchstwahrscheinlich auch Corona zu Schulden kommt. Denn durch den Lockdown haben sich viele die Zeit mit Serienstreaming vertrieben und gleichzeitig kam kein neuer Content. Zwei Annahmen müssen daher getroffen werden. Bedingt durch hohe Kosten für neue Filme und Serien ist bereits der Cashflow seit Jahren negativ. Und wenn Netflix wieder produzieren muss, wird der Blog weiter rückläufig werden. Zweitens, wenn die Leute nach dem Lockdown wieder raus dürfen, gehen aus meiner Sicht die Abonnentenzahlen wieder talwert. Dazu kommt, dass Netflix kaum noch Neukunden gewinnen kann. In Nord- und Südamerika erwartet man bereits keinen Wachstum mehr. Nun noch einen Blick auf das Performance-Trendbarometer werfen, sehen wir, dass es aktuell richtig auf Rot gesprungen ist. Zu erklären bedeutet das, bei dieser Aktie sich langfristig negative Kursrenditen errechnet, was aus Sicht der Performance-Analyse bei solchen Werten daher kein sinnvolles Langfrist-Investment darstellt. Was ist nun mein Fazien und weiteres Vorgehen? Da die Netflix-Aktie aus Einkommen-Investorensicht nur durch Kursgewinne-Rendite erzielt und keine Dividende zahlt, habe ich erstmal den Sparplan auf Eis gelegt. Außerdem bin ich langfristig gesehen nicht mehr von dem Unternehmen als Anlage überzeugt. Für die Serien wie Haus des Geldes oder The Witcher werde ich mir immer mal wieder einen Monat Abonnement gönnen. Meine Aktien behandle ich alle nach einem Zitat von Warren Buffett. Das da heißt, verliere niemals Geld. Solange die Aktie negativ ist, werde ich sie halten. Einen Limitpreis bei 471 Euro zum Verkaufen habe ich gesetzt. Ein Stop-Loss-Limitpreis zum Verkaufen folgt, wenn die Aktie wieder ins Plus zieht. Somit heißt es erstmal abwarten. Wenn die Position wieder positiv ist, werde ich den Stop-Loss immer wieder nachziehen und den Limitpreis entfernen. Somit ist die Range abgesteckt. Wie geht ihr mit dieser Aktie um? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, viel Erfolg und bis bald!